Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Oh oh, es ist schon nach Ostern. Heute bin ich bei der Rivo Garage in Küssnacht im Industriegebiet Fan. Nicht etwa, weil mein Auto kaputt ist, sondern um die O-O-Regel einzuhalten. O-O steht nicht für die obligatorische Alltimer-Inspektion. Die gibt es nämlich gar nicht, sondern es ist eine Hilfe, um das Reifen wechseln nicht zu vergessen. Von O bis O fährt man die Sommerreifen, also von Ostern bis Oktober. Und von O bis O fährt man die Winterreifen, von Oktober bis Ostern. Das ist eine kleine Eselsbrücke. Jetzt haben wir Ostern, also Sommerreifen. Die Rivo Garage wird mir nun die Sommerreifen montieren. In der Zwischenzeit kann ich ganz gemütlich meine E-Mails checken. Oh oh, das ging aber schnell. Nachdem alles gemacht ist, kann dem Sommer nichts mehr im Wege stehen. Der Sommer kann also kommen. Jetzt kann man das Dach öffnen, die Sonnenbrille anziehen und losfahren. Oh oh. Tschüss. Tschüss. Tschüss.